So, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir mal einen kleinen PvP-Kampf mit veganer Luke und Lars da hinten. Sagt mal hallo. Hallo. Hallo, hallo. So, ich kämpfe jetzt gegen Luke. Ja, und bei mir geht es um die Ehre und um die Level. Ich habe neue Level. Ich habe nur zwei, deswegen ist es bei mir nicht so schlimm. So, okay, gut. Ja, aber bei Lars ist es so schlimm, der hat 19. Okay, dann sagt mir das los. Ja, okay. Eins, zwei, gut. Was ist? Ja, verbeugen. Ja, verbeugen. Ja, okay. Wir verbeugen es nicht überhaupt. Wir müssen dann noch einen Screenshot machen, okay? Oder wollen wir es jetzt schnell machen? Okay. Oh. Oh, oh. Oh, nein, nein, haha. Ah. Wie viele Herzen? Äh, zwei. Zwei. Oh. Okay, jetzt ihr beide gegeneinander und der Gewinner kämpft dagegen. Mein Fleisch? Habe ich nicht. Oder wie viel hast du gegessen? Eins. So, warte mal, dann habe ich wahrscheinlich auch eins gegessen. Ich habe nicht zwei Fleisch gegessen, ich habe nur zwei. Okay. Next round, my guys. Ralf Umato. Goff, 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 sieben, er gegen Lars, Toxic, Toxic, Lars. Oh, es geht schon los. Junge, du darfst nicht schnell schlagen, du musst langsam schlagen, du musst warten, bis die Balken voll ist. Sehr, 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 sehr spannend, ja. Ach, Alf. Äh, was haltest du, was haltest du für Sachen, du Arsch, Alter? Lars, Lars hat verloren. Okay. Krass. Lass, du Lappen. Fuck nu. So, Lars, du bist du jetzt. Achso, du hast es ja nicht. Gut. Okay. Auf die. Achso, mach dich jetzt mal voll. Jetzt. So, okay. Auf die, Platz, werde ich go. Oh, fuck, Alter, das war jetzt die Aufregung. Ah, nein. Okay, das war ein guter Hit. Oh. Scheiße, okay, du musst mir schaden. Ah. Okay. Was ist damage? Okay. Jetzt, wie viele Herzen? Äh, viereinhalb. Okay. Aber ich habe nochmal reinkadriert, also du hast mir doch schon ein guter Hand gemacht. Okay, ja, die Runde war jetzt, achso, kriege ich. Oh. Alter. Items gehören den Sieger. Wie bitte? Items gehören den Sieger. Kriege ich wenigstens ein Fleisch, wenigstens. Danke. Bin nicht vereinbar. Ja, Lars, zum Glück hatte ich nicht viele Sachen mit dabei. Aber war doch jetzt cool, oder? Ja, wie geil. Also, Leute, nächster Kampf, Lars gegen Luke. Warte, ich muss so kurz den Textjumpel. Ja, ja, ja. Lars, sind Sie bereit? Ich weiß doch nicht. Er hat fallen gelassen. Bruh. Das liegt vor dir. Da. Hier liegt. Genau vor dir. Genau vor dir. Nein. Okay, gut, ich bin... Jetzt hast du es in der Hand. Auf die. Das lag da nicht mehr mehr da. Ist, ich hätte es nicht gesagt. Auf die. Letzte fertig, los. Okay. Du hackst doch. Alter, alter. Du hackst sie sind am Start. Oh. Alter. Du bist doch scheiße. Wieso? Ja. Alter. Easy direkt, Alter. Ein Herz Schaden genommen. Nee, ich hab sogar mehr. Ich hab an der Halbherzen Schaden gemacht. Du hast mich einmal getroffen. Du hast mich einmal getroffen. Du musst halt... Die Taktik ist, du musst um die Leute außen herumlaufen. Hm. Also immer so... Warte, mach nochmal. Weil wenn ich jetzt... Warte, wenn ich jetzt... Du musst dir vorstellen, du läufst auf mich zu. Oder du läufst rückwärts. Ja, ich glaube... Du musst immer von links... Und dann... Warte, also immer... Also immer so wackeln halt, dass der dich nie so treffen kann. Und dann musst du immer probieren, von oben runter zu springen, dass du Krits machst. Weißt du? Ja, also so... Ja, genau. Kann man... Rennst du oder läufst du normal? Ich sprinte immer. Du sprintest immer, okay. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. HierДа. Du, 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 du. Du, 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 duapst oder거야